Hi Steffi. Hi Holger. Jeder kennt's, die Baustelle einrichten heißt erstmal viel schleppen. Große Geräte und auch große Tragekoffer sind dabei besonders lästig und das trifft auch auf Tauchkreissägen eine der präzisesten handgehaltenen Sägen zu. Deshalb haben wir mit unserer ersten Akkutauchkreissäge der GKT 18V 52 GC diese Präzision besonders mobil gemacht und gestalten damit den nächsten Einsatz auf der Baustelle wie z.B. ein Spülenausschnitt aus einer Küchenarbeitsplatte besonders kompakt. In den nächsten Minuten zeigen wir euch die Vorteile unserer neuen Akkutauchkreissäge sowie die Eigenschaften die wirklich außerordentlich sind und das Zubehör was verwendet werden kann für die Tauchkreissäge und dann zeigen wir euch noch in was für ein Sortiment die Tauchkreissäge eingebettet ist. Steffi, was bedeutet die Biturbo Brushless Technologie für dieses Tool? Die Biturbo Brushless Technologie beschreibt unseren neuen Hochleistungsantriebsstrang, der aus einem bürstenlosen EC-Motor und den ProKa 18 Volt Akkus besteht. Dadurch erreichen wir eine vergleichbare Leistung wie kabelgebundene 1620 Watt Geräte und schaffen auch mühelos Anwendungen in 40 Millimeter Vollholzplatten. Steffi, du hast am Anfang die Kompaktheit von der neuen Tauchkreissäge genannt. Ja, es stimmt. Wie eingangs erwähnt haben wir uns mit der Tauchkreissäge ein besonders kompaktes Design vorgenommen. Das bedeutet, dass wir die Tauchkreissäge mit einem ProKa 18 Volt Akku betreiben und dennoch die gleiche Leistung erzielen wie vergleichbare Akkutauchkreissägen anderer Hersteller, die sogar mit zwei Akkus betrieben werden müssen. Außerdem haben wir hier ein kleineres Sägeblatt mit einem Durchmesser von nur 140 Millimeter, das aber trotzdem die notwendige Schnitttiefe für fast alle Anwendungen wie zum Beispiel die 40 Millimeter Holzplatte erreicht. Ein kompakteres Gerät bedeutet natürlich auch eine kompaktere L-Box und in dem Zusammenhang machen wir nicht nur den Geräteeinsatz, sondern auch den Transport besonders komfortabel. Ein weiterer Vorteil von unserer Akkutauchkreissäge ist das ist wandnahe Sägen. Das benötigt besonders, wenn ich Schattenfugen mache. Und hier haben wir einen Abstand von der Wand bis zu unserem Sägeblatt von gerade mal 10 Millimeter. Das gilt sowohl mit dem montierten Staubsack wie auch für einen angeschlossenen Schlauch und einen Staubsauger. Unsere neue Akkutauchkreissäge hat eine spezielle Bedienoberfläche. Was hat es damit auf sich? Über das neue User Interface werden Geräteinformationen mithilfe einer Ampellogik zurückgemeldet. Das heißt, der äußere Leuchtring hier leuchtet entweder grün, gelb oder rot. Bei grün ist natürlich alles okay, bei gelb gibt es eine Warnung und bei rot schaltet das Gerät ab. Bei einer Warnung oder beim Abschalten wird zusätzlich das entsprechende Symbol angezeigt. In dem Zusammenhang haben wir hier die Temperaturanzeige des Geräts, den Akkustatus, den Gerätestatus und den Eco-Modus, auf den wir gleich noch mal zurückkommen. Hier an der Taste lassen sich die Geschwindigkeiten einstellen und natürlich zusätzlich unser neuer Eco-Modus. Holger, was können wir alles über die Connectivity-Funktion der Tauchkreissäge einstellen? Das ist eine gute Frage. Je nach Materialart und Anwendung benötige ich unterschiedliche Schnittgeschwindigkeiten. Hier haben wir im Vorfeld sechs verschiedene Geschwindigkeiten eingestellt. Diese kann ich aber individuell über das Smartphone einstellen. Jedes Mal dann, wenn ich mich mit dem Smartphone connecte, leuchtet mein Tool blau und ich bestätige den neuen Wert. Was kann ich jetzt genau machen? Ich kann zum Beispiel einstellen, wie viele Geschwindigkeitsvorwahlen ich habe, also zwischen eins bis sechs wählen, zum Beispiel zwei oder drei. Oder wie in diesem Fall, dass ich mir die Nummer vier belege mit einer speziellen Schnittgeschwindigkeit, die für genau mein Material abgestimmt ist und genau für meine Anwendung. Also absolut individualisiert für dich als User. Vom Auto her ist man den Eco-Mode mittlerweile gewohnt und wir haben bei unserer Akkutauchkreissäge einen ähnlichen Modus eingesetzt. Und das bedeutet 20 Prozent mehr Laufzeit bei normalen oder bei leichten Anwendungen, beispielsweise 19 Millimeter Spanplatte. Das heißt, unsere Akkustandzeit ist 20 Prozent länger, wenn wir diesen Eco-Modus anschalten. Und das Prinzip wollen wir euch hier mit den beiden Autos erklären. Und zwar haben wir hier hinten einmal das Full-Speed-Auto. Selbsterklärend Full-Speed, aber kürzere Wegstrecke. Hier vorne haben wir einmal das Eco-Modus-Auto, das eine leicht ausbalancierte Geschwindigkeit hat, dafür aber eine längere Strecke schafft. Kommen wir jetzt zu den Eigenschaften der Akkutauchkreissäge. Holger, lass uns mit der Führungsschiene starten. Richtig. Für wirklich ausrissfreie Schnitte benötigen wir grundsätzlich eine Führungsschiene für unsere Akkutauchkreissäge. Dazu sollte man im Vorfeld diese Lippe hier anschneiden. Das heißt, die Lippe, die Schiene auf die Akkutauchkreissäge abstimmen. So bekommt man einen sehr präzisen Schnitt. Dazu haben wir diese zwei Schieber. Mit diesen zwei Schieber verringern wir das Spiel innerhalb der Führungsschiene, so dass wir noch präziser, noch ausrissfreier sägen können. Das heißt, wenn ich den Schieber nach vorne schiebe, habe ich bedeutend weniger Spiel, wie wenn ich ihn nach hinten schiebe. Habe ich bedeutend mehr Spiel und so kann ich vermeiden, dass sich mein Tool hin und her bewegt. Holger, kannst du uns bitte noch was zu den beiden Markierungen hier an der Säge sagen? Ja, diese zwei Markierungen gelten für die Tauchkreissäge auf der Schiene. Das heißt, sie zeigen mir an, wo ist der Startpunkt meines Sägeblatts, der hintere Eintritt des Sägeblatts sowie der vordere Austritt des Sägeblatts. Wird mir angezeigt, so dass ich so meine Säge verschieben kann und genau weiß, wo ich aufhören muss zu sägen, bei beispielsweise so einem Ausschnitt. Gibt es diese Markierung nur vorn an der Säge? Sehr guter Hinweis. Wir haben diese Markierung auch hinten. Gerade wenn man sehr wandnah sägt, dann zeichnet man gern den Strich weiter und hat die gleiche Markierung, wie wir sie gewohnt sind, von der rechten Seite auch auf der linken Seite, so dass ich immer weiß, wo mein Sägeblatt eintaucht und wo es austritt. Im vorigen Kapitel hatten wir schon mal kurz über das Sägeblatt und die Schnitttiefe gesprochen. Jetzt wollen wir noch mal im Detail darauf eingehen. Deshalb möchte ich erst mal die Schnitttiefe ohne Führungsschiene vorstellen. Das sind die 52 Millimeter. Die Schnitttiefe auf unserer Bosch Führungsschiene liegen bei 46 Millimeter. Genau und das ist sehr einfach einzustellen. Ich muss nur diesen Schieber, je nachdem welche Schnitttiefe ich erreichen möchte, einstellen und dann kann ich sägen. Aber es gibt sogar noch zusätzlich eine Funktion, das ist die sogenannte Vorritzfunktion. Das heißt, wenn ich auf meinen äußersten Strich gehe, dann habe ich die Vorritzfunktion. Die bedeutet, dass ich meine Arbeitsplatte, mein Werkstück nur leicht vorritze beim ersten Schneiden fahre dann wieder zurück, ohne das Sägeblatt im Material eingetaucht zu haben, gehe auf die volle Schnitttiefe und mache dann den finalen Schnitt und habe dann sowohl oben wie auch unten ein perfektes Schnittergebnis. An der Stelle noch ein Hinweis und zwar die Skala zur Schnitttiefen-Einstellung bezieht sich auf die Verwendung von der Bosch-Führungsschiene. So einfach wie die Tiefen-Einstellungen ist auch unsere Gärungseinstellung bei unserer Akkutauchkreissäge. Hierzu löse ich einfach vorne und hinten die beiden Schrauben und stelle mir den gewünschten Winkel ein. Manchmal ist es erforderlich bei 90-Grad-Ecken, dass ich noch zusätzlich hinterschneide. Dazu drücke ich diesen roten Knopf und meine Säge kann bis zu 47 Grad hinterschneiden. Das gleiche gilt für 0 Grad. Manchmal muss ich 90 Grad schneiden und sollte diese auch hinterschneiden, drücke ich wiederum den gleichen Knopf. So geht meine Maschine auf minus 1 Grad. So habe ich immer gewährleistet, dass ich hinterschneiden kann. Vor dem Schnitt einfach beide Schrauben wieder anziehen ohne Druck auf die Maschine und so ist ein akkurater Gärungsschnitt immer gewährleistet. Natürlich gibt es für die Tauchkreissäge auch einiges an Zubehör. Lasst uns erstmal mit den Akkus starten. Das Gerät ist kompatibel mit allen unseren Procar 18 Volt Akkus, sowie auch mit allen unseren Bosch Professional Standard 18 Volt Akkus. Dadurch gewährleisten wir eine Rückwärtskompatibilität mit unseren 18 Volt Akkus bis ins Jahr 2008. Für Hochleistungsanwendungen mit der Tauchkreissäge empfehlen wir den 8 Ampere Stundenpack. Für das extra an Leistung steht natürlich auch der 12 Ampere Stundenpack zur Verfügung und für einfachere leichtere Anwendungen, wie zum Beispiel in Spanplatte, geht natürlich auch der 4 Ampere Stundenpack. Im Lieferumfang enthalten ist unser Expert for Wood Sägeblatt, das speziell abgestimmt für Akkugeräte. Das ist Teil einer weiten Range von Akkusägeblättern im Durchmesser von 140 Millimeter. Alle Expert for Wood. Des weiteren enthalten im Lieferumfang ist unser Staubbeutel. Den kann ich benutzen, wenn ich nicht gerade einen Staubsauger anschließen will, wobei ich hier jeden Industriestaubsauger anschließen kann. Oder ich benutze unseren Click-and-Clean Adapter, dann kann ich ohne Probleme per Click-and-Clean-Aufsatz auf unsere Staubsauger anschließen. Für die Tauchkreissäge gibt es natürlich auch unseren existierenden Parallelanschlag und das Gerät ist selbstverständlich kompatibel mit allen unseren Bosch Führungsschienen, aber auch mit den Führungsschienen von Festool, Muffel und Makita. Neben unserer Akkutauchkreissäge gibt es natürlich noch weitere Biturbo Brushless Technologie Geräte im Sortiment. Zum Beispiel in der Holzbearbeitung, die Kreissäge und die Kap- und Gehrungssäge, aber auch andere Geräte in der Stein- und in der Metallbearbeitung. Wenn ihr weitere Infos dazu haben wollt, dann schaut doch mal auf unsere Bosch Professional Website, besucht uns auf unseren Social Media Kanälen oder klickt nach links und rechts für weitere Videos. An der Stelle bedanken wir uns ganz herzlich bei euch fürs Zuhören und hoffentlich bis bald. Ciao!